Fußball-Bundesliga Ralf Murr, so unterstützt Gazprom die Wiener Austria Wien, Donnerstag 30. August 2018 19.39 Uhr Vor einem Monat wurde bekannt, dass der russische Energiekonzern Gazprom bei der Wiener Austria als Sponsor einsteigt. Ralf Murr, der technische Sportdirektor der Violetten, erläutert in der 1. Ausgabe von Fußball-Total, der TOG die geplante Zusammenarbeit, die Partnerschaft ist auf die Nachwuchsacademie beschränkt. Es gibt eine finanzielle Unterstützung für diesen Bereich. Die Investitionen sollen vor allem in Trängerteam und Infrastruktur getätigt werden. Ganz wichtig ist uns auch der internationale Austausch mit Mannschaften, die ebenfalls von Gazprom unterstützt werden. Auch Schalke 04 und Roter Stern Belgrad werden von den Russen gesponsert. Textquelle Urheberrecht Laola1.at Ralf Murr, will mit der Wiener Austria Titel gewinnen. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommt unter Strich Count Kommentare Rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.